Ich möchte heute im Video eine LED-Dauerlichtquelle vorstellen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von LED-Dauerlicht. Gerade in der inszenierten People-and-Portrait-Fotografie ist es halt mit modernen Kameras schon so, dass es toll ist, wenn man einfach direkt einstellen kann, Bildstile, Helligkeiten, Weißabgleich und so weiter und so fort. Und wenn man einfach alles perfekt machen kann. Small Rig, das ist die Firma hier, die eigentlich bekannt dafür ist, irgendwelche Befestigungen, Klammern oder Käfige für Kameras zu bauen, hat jetzt den ersten LED-Strahler rausgebracht, den RC120. Den gibt es in zwei Versionen, einmal B und einmal D. B steht für Bicolor, D steht für Daylight. Das geht also um die Farbtemperatur, die man beim Bicolor, bei der B-Variante eben anpassen kann, zwischen 6500 und 2700 Kelvin. Bei der Daylight-Variante ist es eben auf 5600 Grad Kelvin. Diese Leuchte sieht erstmal ein bisschen komisch aus, aber das Besondere ist, dass das eine relativ günstige LED-Leuchte ist. Das heißt, die D-Variante bewegt sich bei ungefähr 230, 240 Euro. Die B-Variante, das heißt die Bicolor-Variante, ist nochmal 50, 60 Euro teurer, bei dann ungefähr knapp 300 Euro. Was muss man um das Gerät wissen? Erstmal, es ist ein Plastikgehäuse, was mich so ein bisschen hat erstmal schockiert, weil SmallRig nutzen wir, um unsere Kameras besser zu machen, um sie fässer zu machen, um sie stabiler zu machen. Das sind Metallgehäuse, Käfige, die drumherum gebaut werden. Das sind Fachleute für Stabilität und Haltbarkeit. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass von denen ein Plastikgehäuse kommt. Allerdings macht es Sinn, weil dieses Gerät natürlich auch eine Leistungsgrenze ist, wo man eigentlich mit dabei haben möchte und wo man auch ein bisschen das Ganze rumträgt. Und man merkt auch so kleine Details. Zum Beispiel ist hier unten alles in Metall. Das merkt man also, wenn man ranfasst. Das hier ist komplett Metall und nur das Gehäuse oben ist aus Plastik. Ich schätze das SmallRig, weil sie eben so Fachleute sind für Stabilität, ganz genau wissen, was sie aus Plastik und was sie aus Metall bauen. Und man merkt das auch deutlich. Ich glaube, da ist auch innen drin irgendwas mit Metall verbaut, weil der Griff, der fühlt sich auch richtig anders an als das Hauptgehäuse. Und ist auch übrigens eine sehr schöne Sache, weil wenn man gerade große Softboxen irgendwo ran machen möchte, dann kann man eben immer perfekt das Ganze angreifen. Und man greift nicht auf irgendwelche Knöpfe oder man weiß nicht, wo man hinpacken kann. Das flutscht einem raus. Also das ist einfach eine schöne Bauart von diesem Gerät. Vom Design würde ich ehrlich gesagt nicht so gute Noten mitgeben. Also mir gefällt es gar nicht. Aber das Ding muss ja nicht, das soll ja nicht fotografiert werden. Und das soll auch nicht gefilmt werden. Das ist nur jetzt, wo es gefilmt wird. Aber normalerweise soll es ja zum Filmen, also es ist ja hinter der Kamera. Es muss ja kein Beauty-Award gewinnen. Es muss so funktionieren. Man hat hier den Stromanschluss. Der Stromanschluss, das ist so ein dreipoliger XLA-Anschluss, wie man ihn aus dem Musikbereich kennt. In dem Fall habe ich jetzt hier übrigens das Ganze über den Akku laufen. Ein Netzteil ist beiliegend. Das ist alles zusätzlich zu kaufen. Das sind die V-Mount-Batterien, die wir sowieso verwenden für Licht und Kamera und Pipapu. Hier unten befindet sich der Anschalter. Den kann man ruhig mal aktivieren. Dann braucht es eine relativ lange Anschaltzeit. Und jetzt sieht man schon, jetzt habe ich hier ein relativ oldschool Display. Aber ich kann es aus jeder Perspektive relativ gut lesen. Und ich habe zwei Bedienmöglichkeiten. Das linke Rädchen ändert die Leistung plus die Farbtemperatur. Das rechte ist dann sozusagen für die Zusatzeinstellungen, wie Bluetooth-Steuerung oder irgendwelche Effekte. Ich kann von 100% auf 1% runter. Und ich muss sagen, das ist eine der wenigen Blitze, die wirklich... Also zwischen 0 und 1 ist eine der wenigen Leuchten, ich habe glaube ich gerade Blitze gesagt, der wenigen Leuchten, wo 1% wirklich auch 1% ist. Ich habe andere Leuchten, da macht man 1% und dann ballern die mit 50% gefühlt los. Also hier haben sie wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Verteilung hinbekommen. Und wie gesagt, einmal draufgedrückt und dann kann ich die Farbtemperatur ändern auf die 6500 Grad Kelvin. Im Lieferumfang dabei ist übrigens auch, ich mache mal ein bisschen schwächer, dieser Reflektor, den ich ehrlich gesagt hasse. Das ist so ein Ding, damit versuchen die Firmen so ein bisschen zu schummeln. Das Ding ist hochreflektierend, hat auch irgendwie so dieses Muster hier innen drin und ist eigentlich nur dafür da, dass glaube ich bei solchen Tests und bei solchen Reviews die Leistung der Leuchte höher sein soll. Wir sehen jetzt ja hier gerade, ich drehe es mal hoch, das ist super, 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 super einheitlich ausgeleuchtet. Und sobald ich den hier dran setze, habe ich so einen richtigen Spot in der Mitte. Das heißt, der erzeugt so einen richtigen Hotspot. Und man sieht jetzt glaube ich hier so, es gibt so einen Fächerschatten. Also das ist kein, das ist so ein, also ich weiß gar nicht, was der alles macht. Das ist so, das sind ganz komische, ganz komische Schattierungen, die dadurch entstehen. Dieses Ding werfe ich sofort weg. Das hat glaube ich Godox damals angefangen. Ich finde es ein Unding, man merkt wirklich, dass geschummelt werden soll, dass einfach nur, das machen aber alle. Also Godox hat die auch, ich finde die unbrauchbar. Also ich glaube, ich habe sogar bei Amaran, also bei den Amaranen von Aperture, habe ich gesehen, dass sie so eine Art, so einen Überzug mitgeben, weil die haben das extrem deutlich. Die haben einen richtigen Hotspot in der Mitte und dann hat man einen Reflektor, aber man muss was drüberziehen, wie so eine Badekappe, damit das Licht nutzbar wird, damit es keinen Hotspot gibt und damit es nicht in der Mitte fünfmal so hell ist wie außen. Also dieses Ding kann man direkt wegwerfen. Puff, weg damit. Wichtig ist das und das hat natürlich den Bowens Mount. Der Bowens Mount ist auch perfekt von der Festigkeit. Ein schöner Griff hier oben, mit dem man das Ganze entriegeln kann und wie gesagt, es ist einfach ein richtig schönes Gerät geworden. Eine kleine Schwäche ist der Plastikgriff, da muss man ein bisschen aufpassen. Der hat schon so eine gewisse, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber ich glaube, man kann den schon so ein bisschen, man kann den so richtig biegen und das ist nicht gut. Also den hätte man auch etwas besser fabrizieren können, aber ist jetzt eine Sache, dass wenigstens das untere, also das hier ist alles Metall, ich glaube, das Gehäuse drumherum ist Plastik, aber alle wichtigen Sachen sind aus Metall. Schöne Lichtquelle, wir können auch hier nochmal ganz kurz die Farbwerte einblenden, also bei 2700 Kelvin und bei 6500 Kelvin, ob da auch wirklich die Fahrtemperatur rauskommt. Also hier kann man in Ruhe pausieren und dann einfach mal sich angucken. Das ist einfach auch mal interessant, wie viel von dem, was wirklich auf der Packung steht, findet sich wieder im eigentlichen Produkt. Einordnung, 120 Watt ist jetzt nicht gerade die Welt. Ich fotografiere und filme ja gerne mit so 500 oder mit so 1200 Watt, also schon in einem ganz anderen Bereich. Allerdings ist es natürlich kostentechnisch auch gleich fast mit so einer Null hinten dran geschoben. Das Gerät ist genial, es ist auch vom Lüfter her, also ich höre jetzt gerade gar keinen Lüfter, es ist glaube ich auch kein Lüfter, ich habe noch nie einen Lüfter, ich glaube das ist passiv komplett, das heißt also ohne jegliche Geräusche, passiv gekühlt. Ich habe keinen Lüfter jemals gehört und das finde ich auch schon mal toll, weil es gibt viele LED-Leuchten, die machen eben den Lüfter an und dann ist der Ton versaut. Das Gerät ist ein kleines, kompaktes, in dieser Variante auch sehr portables, stromungebundenes Gerät, was verlässlich, sehr, sehr, sehr solide, 120 Watt. Und das ist keine kleine Leistung für so ein kleines Gerät, liefert. Und wo ich das Ganze einordnen würde im Videofotobereich als Zusatzlampe. Also ich würde es wahrscheinlich nicht als Hauptlampe haben, dafür bräuchte ich wahrscheinlich was Stärkeres. Also hier zum Beispiel haben wir auch gerade das Licht von einer 1,50 Meter Softbox kommt oder wir jagen durch irgendeinen Sunscrim oder irgendeinen Scrim was durch, da braucht man meistens mehr Leistung. Aber das ist eine wirklich schöne Sache, um Akzente zu setzen, um irgendwo in schlechten Bedingungen doch nochmal ein bisschen Kicklight zu setzen, ein bisschen aufzuhellen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Es ist einfach ein super schönes Akzentlicht. Und so würde ich es eigentlich auch einsetzen und genau dafür ist es auch gebaut worden. In diesem Sinne, einfach mal angucken. Es gibt nämlich nicht nur Dyn Bay oder Godox, es gibt es zum Beispiel auch Smallwick. Also die Bandbreite an LED-Leuchten wird immer breiter. Also die Bandbreite an LED-Leuchten wird immer breiter.